Hallo, ich bin Annalena Lorenz und ich arbeite für eins der vielen spannenden Forschungsprojekte hier an der TIB, dem Open Research Knowledge Graph, mit dem wir nichts weniger wollen, als den weltweiten Austausch von Wissen zu verändern. Die Wissenschaft, und damit auch wir als Bibliothek, stehen aktuell nämlich vor einer riesigen Herausforderung. Jedes Jahr erscheinen so viele neue Forschungsbeiträge, dass Forschende regelrecht in einer Flut aus Publikationen ertrinken. Das grundlegende Problem daran ist, dass wir die Art, wie wir Wissen miteinander teilen, seit 300 Jahren nicht verändert haben. Wir vertrauen immer noch auf wissenschaftliche Artikel. Und sicher sind wir irgendwann umgestiegen von ausgedruckten Artikeln zu PDFs, aber an der grundsätzlichen Art zu kommunizieren, hat sich dadurch nichts geändert. Wenn man das mit einem Alltagsbeispiel vergleichen möchte, dann wäre das ein bisschen so, als würde man zum Navigieren eingescannte Landkarten benutzen, statt einer Navi-App. Klingt absurd, ist aber leider das, was in der Wissenschaft passiert. Und genau das wollen wir ändern. Mit dem Open Research Knowledge Graph, kurz auch ORKG genannt, nutzen wir das volle Potenzial der Digitalisierung für die Wissenschaft und ermöglichen so komplett neue Formen der maschinellen Unterstützung. So erhalten Forschende einen schnellen und einfachen Überblick zum Stand zu aktuellen Forschungsfragen, können einfacher relevante Beiträge zu ihrem Thema finden oder ihr Wissen sogar über verschiedene Disziplinen hinweg teilen. Den ORKG alltagstauglich zu machen und den Austausch von Wissen endlich ins 21. Jahrhundert zu holen, daran forschen und arbeiten wir hier an der TIB. Oh, ich muss raus. Tschüss!